Ich bin im reinen Wasser, weil du willst du dann doch durch eure Haut gehen. Ich bin böse mit sanften Pflege und reinen Wasser. Ich bin befeuchtig und bin inspiriert und das kreiert. Doch, mein Herz geht. Er ist nicht aus Fleisch und Blut. Seine Mission ist der bedingungslose Kampf gegen das Böse. Er brüllt nicht um Realität, er ist vom Leben gezeichnet. Er ist jetzt schon Comic-Cult. Sein Name ist Moraine. Bob Moraine. Bald exklusiv bei Super-Arten. Hey, suchen ist out, finden ist in. Die neue TV-Direkt mit dem einzigartigen Direktregister. 14 Tage Fernsehen für nur 80 Pfennig. Jetzt bei Ihrem Zeitschriftenhändler. Chanel Nummer 5 Die Super-Nintendo-Klassik-Serie. Donkey Kong Country 3. Super Mario Kart. Super Street Fighter 2. Die Super-Nintendo-Klassik-Serie. Seinem Preis, der hinter Gitter gehört. Die Nachrichten. Bonn. Das neue Vermögensbildungsgesetz tritt in Kraft. Mit noch mehr staatlicher Förderung. Mit 3P, dem neuen Prämien-Kombi-Paket, können sich Bausparer noch für 98 Prämie sichern. Mehr dazu live aus Schwäbisch Hall. Bausparprämie 98, das sind bis zu 200 Mark. Und Prämie gibt's schon ab 16. Also los, bis 31.12. Hin zu den Volksbanken, Raiffeisenbanken oder Schwäbisch Hall. Bibi, bald kommt der Weihnachtsschlumpf. Und schon jetzt gibt es Odos Schlumpfige, unser erstes Weihnachtsalbum. Odos Schlumpfige, das Album mit den schlumpfigsten Weihnachtsliedern. Jetzt auf CD und Tassette. Und wir machen Sie zu Weihnachten mit Doppelherz eine Freude. Doppelherz. Denn Kraft kommt aus dem Herzen. Jetzt in weihnachtlicher Geschenkverpackung. Und jetzt noch ein Tipp für eure Wunschzettel. Tassette, Tassette. Unser aktuelles Hit-Album gibt es auf CD und Kassette. Hey Jungs, wie ist es runter sonst? Hey, was ist denn das für ein Snack? Hey, Pombé ist kein Snack. Pombé ist ein Schmeck. Denn Pombé schmeckt mega, crisp, kartoffelig. Mh, Schmeck. Pombé, kein Snack, ein Schmeck. Wir nehmen nur Profis. Null Problem. Die starken VTG Lerncomputer. Mit riesigen Bildschirmen, tollen Vierfarbmonitor, genialen Programmen mit Maus und Druckeranschluss. VTG, einfach genial. Genius Lerncomputer von VTG. Mehr Wissen, mehr Spaß. Das neue weiche Leuchtkeyboard von Fischerpreis lässt ihr Baby immer mit dem richtigen Fuß aufstehen. Lichter, Melodien und Tierstimmen ermuntern es mit den kleinen Füßchen seinen ersten großen Auftritt zu proben. Das weiche Leuchtkeyboard, neu von Fischerpreis. Santa Claus wünscht ein tolles Videofest. Erlebe ein neues Abenteuer mit Lettelfurt. Was bist du? Mein Name ist Bob. Und seinen Freunden. In einem Land vor unserer Zeit sechs. Der geheimnisvolle Berg der Saurier. Jetzt auf Video. Das ideale Geschenk für die ganze Familie. Kann man das verrückte Labyrinth noch besser machen? Besser nicht, aber gemeiner. Das neue Labyrinth der Ringe. Von Ravensburger. Auch zum Ausrasten. Das verrückte Labyrinth. Und Junior Labyrinth. Charity 98 mit der Hand-in-Hand-All-Star-Single Children of the World und dem Superhit von Oli Pech. Flucht zu einem gemeinen Bauch. Die Stars on Stage mit Hits, die helfen. Von Blümchen und NSYNC. Mit dabei DJ Bobo, die Superboys und echt. Charity 98, die CD zum Mega-Event. Wir bei Wagner haben noch nie ein Geheimnis aus unserer berühmten Steinofen-Qualität gemacht. So wird der Teig für den knusperdünnen Boden schon immer nach bester Bäckertradition im Steinofen gebacken. Mit Verstand und mit Herz. Original Wagner Steinofen-Piccolini. Knusperdünn, herzhaft und handlich klein. Tja, einmal Wagner, immer Wagner. Funny Friday bei Super RTL mit einem schaurig-komischen Horrorspektakel. Tja, leider, da ist nichts mehr zu retten. Denn wenn Gruselspaß-Chaoten wie Gene Wilder und Marty Feldman Frankenstein zum Leben erwecken, macht Spaß mit ihnen zu arbeiten, wird ihnen das ungeheuer viel Spaß machen. Komm doch mal rüber, du heißes Monster. Super RTL nach 8. Spaß und gute Laune mit Frankenstein Junior. Heute um 21.25 Uhr bei Super RTL. Weihnachten bei Super RTL. Die Mini-Playback-Show. Mareike Amado präsentiert Kids und ihre Hits. Von der Disco-Queen bis zum Pop-Klassiker. Kids schlüpfen in die Rolle ihrer Lieblingsstars. Die Mini-Playback-Show. Heiligabend um 15.50 Uhr bei Super RTL. Mein Name ist Moraine, Bob Moraine. Super RTL bei den Machern von Bob Moraine. Die Buchvorlage für Bob Moraine, die neue Cartoon-Serie bei Super RTL, hat der belgische Autor Henri Vann geschrieben. Seine Romane erscheinen seit 1953. Ich habe mich bei der Entwicklung der Figur Bob Moraine an Abenteuer erinnert, die ich selbst erlebt habe. Wir haben Werte aufgelegt, ein völlig neues eigenständiges Design zu entwickeln. Selbstverständlich zeigt der Comic-Strip ein ganz neues Gesicht von Bob Moraine und bietet ihm fantastische Möglichkeiten, in Erscheinung zu treten. Bob Moraine ist vielleicht ein bisschen so, wie ich gerne sein würde. Bob Moraine, die neue Comic-Serie ab Januar exklusiv. Mein Super RTL. reduceur des entrepreneursen noch etwasiamente. Wir haben diese Visioner-Rörelations Photovolfe für den Machern im Wedde hammer Bis zum nächsten Mal.